Ich arbeite bei Mehr Demokratie, weil heute immer mehr von immer weniger Menschen entschieden wird. Je größer ein Problem, je größer eine Herausforderung, desto weniger sind an ihr beteiligt. Heute wird Politik im zwei-, vier-, sechs-Augen-Prinzip hinter verschlossenen Türen gemacht und das empört den Bürger und empört die Bürgerin. Bei den zukünftigen Herausforderungen können wir es uns aber gar nicht leisten, auf die Kompetenz irgendeines Menschen zu verzichten. Deshalb mehr Demokratie.